Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meiner Video-Podcast-Serie Adobe InDesign Basics und Tipps. In der heutigen Ausgabe möchte ich mich mit dem Thema Grundlinienraster beschäftigen. Das ist ein Thema, was sich einem nicht so ganz aufdrängt, aber dennoch sehr wichtig ist, weil es dem Layouter ein zügiges Arbeiten erlaubt. Grundsätzlich verfügt jedes InDesign-Dokument über einen Grundlinienraster, das ich mir über Ansicht Raster und Hilfslinien Grundlinienraster aus- bzw. einblenden eben anzeigen lassen kann. Das Grundlinienraster ist ein horizontales Linienmuster, was sich über quasi die gesamte Seite erstreckt, das sich in den Abständen manipulieren kann. Wozu das Ganze? Wenn ich eine Seite wie hier formatiert habe, also Fleece-Tags, zwei Headline-Kategorien sind hier formatiert und ich zoome mal hier einfach in die Mitte mal ran, dann sieht man, vor allem wenn ich mir die mal Hilfslinien hier einblende, dann sieht man, dass links und rechts die Texte nicht genau ineinander übergehen. Man könnte jetzt sagen, das ist ja nicht wirklich von Belang, aber es ist insofern interessant oder führt häufig zu Problemen, wenn ich hier meine letzte Zeile mir angucke am unteren Seitenrand am Fußsteg. Da fällt es schon auf und es wird noch ärger sozusagen das Problem, wenn ich mir hier unten ein Bild reinziehe, das ich hier gerade mal vorbereitet habe, zoome jetzt hier unten ran und dann fällt hier sehr stark diese Kante, diese kleine Treppenstufe hier auf. Und genau für diese, für die Behebung dieses Problems ist das Grundlinienraster vorgesehen, dass ich mir über, wie gesagt, über Ansicht Raster Hilfslinien, Grundlinienraster einblenden kann. Und um das jetzt vernünftig einzustellen, gehe ich in der Regel so vor, dass ich zunächst einmal meinen Text, meinen Vorstellungen entsprechend formatiere, also die Schrift, den Schriftgrad, den Schnitt und den Zeilenabstand hier so wähle und den anhand eines Probedrucks gegebenenfalls überprüfe und daraufhin ändere. Und ich habe hier den, als Zeilenabstand den Wert 11,339 Punkt. Das sieht nach einem sehr krummen Wert aus, aber dahinter verbirgt sich der Abstand von 4 Millimetern, mit dem ich eigentlich ganz gerne arbeite. Und diese 4 Millimeter muss ich jetzt nur noch bei der Definition des Grundlinienrasters eintragen. Und die Voreinstellung für das Grundlinienraster finden wir bei Mac unter InDesign Voreinstellung Raster. Am PC sind die Voreinstellungen im Menü Datei abgelegt. Und hier kann ich jetzt bei Einteilung alle meine eben abgelesenen 4 Millimeter Zeilenabstand eingeben. Ich klicke OK und schon sehe ich, dass jetzt hier zumindest die Texte, also der Fließtext und die Grundlinien, diese hellblauen Grundlinien, hier in einer gewissen Beziehung stehen. Und als drittes muss ich jetzt nur noch meinen Absatzformaten sagen, beziehungsweise dass da einarbeiten, dass die Texte sich nun auch am Grundlinienraster orientieren sollen. Dafür rufe ich die Absatzformatoptionen auf und wähle hier Einzüge und Abstände links. Und an dieser Stelle an Raster ausrichten wähle ich jetzt statt ohne, was die Voreinstellung für die Texte ist. Alle Zeilen bestätige das. Und schon sitzen meine gesamten, der gesamte Fließtext auf den Grundlinien drauf. Und wenn ich nach unten scroll zu meinem Bild, dann sehe ich, dass genau das gewünschte Ziel erreicht ist. Ich kann jetzt mein Bild hier auch direkt an den Grundlinien ausrichten. Und das sieht da doch wesentlich aufgeräumter aus als dasselbe Layout ohne die Anwendung von Grundlinien. Als nächstes, das schiebe ich mir gerade nochmal hier zur Seite, das Bild. Als nächstes möchte ich noch zwei Sachen erwähnen, die die Headlines betreffen. Wie man sieht, sind die Headlines hier nicht am Grundlinien ausgerichtet. Das ändere ich auch über, wie eben schon gezeigt, über die Absatzformate. Head 1 hatte ich das genannt. Jetzt rufe ich mit einem Rechtsklick die Absatzformatoptionen für Head 1 auf. Und bei Einzüge und Abstände kann ich jetzt eben hier auch wieder zwischen den drei Optionen ohne, alle Zeilen und nur erste Zeile wählen. Und bei Headlines kommt es drauf an, ob ich alle Zeilen oder nur erste Zeile wähle. Ich gehe einfach mal auf alle Zeilen. Und hier sieht man jetzt ganz gut, dass in dem rechten Fall hier bei dieser kleinen, mehrzeiligen, kleineren Überschrift die Zeilenabstände doch jetzt einigermaßen groß sind. Also sehr, sehr großzügig. Das hätte ich eigentlich ein bisschen, gerne ein bisschen knapper. Und für diesen Fall gehe ich hier nochmal rein in die Absatzformatoptionen und ändere bei Einzüge und Abstand Anraste ausrichten meine Option auf nur die erste Zeile. Und wenn Sie jetzt hier auf die Überschrift Head 2 achten, dann sehen Sie, dass bei der Anwahl von der Option Anraste ausrichten nur erste Zeile der Zeilenabstand sich wieder verringert, nämlich auf die eingestellten 18 Punkte, die ich vorher definiert hatte. Und wenn ich mir jetzt das Grundlinienraster wieder einblende, dann sehe ich hier genau, dass im Design genau das umgesetzt hat, was ich eben angewählt habe. Die erste Zeile ist am Grundlinienraster ausgerichtet, trifft also hier an die genau gegenüberliegend, beziehungsweise seitlich auf der anderen Spalte des Textrahmens liegenden Zeile des Fließtextes. Und danach orientiert sich der Text, also diese Headline 2, nicht mehr am Grundlinienraster. Das, denke ich, ist ein ganz guter Kompromiss, den man häufig eingehen kann, dass eben nur die erste Zeile bei Überschriften am Grundlinienraster ausgerichtet ist. So, das war es auch schon zum Thema Grundlinienraster. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Carsten Geisler und bis dahin alles Gute. Tschüss!